Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen, vielleicht auch etwas längeren Angespiel, das müssen wir mal gucken, was für eine geile Gamescom-Berichterstattung liefert der Yankee da ab. Und da ist uns irgendwie ein Kiez zugeflogen vom Spiel Farmers Dynasty, ein Spiel, Stichworte Landwirtschaft, Story, Voranschreiten, Hofaufbauen, das ist mir in dem sozusagen zugeflogen, was mir hier auch zufliegt ist, das sieht mir so ein bisschen danach aus, als wäre hier, das meine ich jetzt gar nicht böse, als wäre der komplette Asset-Katalog landwirtschaftlicher Sachen aus Unity zusammengepackt worden. Und daraus entsprechend eine Story gebaut. Ich habe auch eben schon gesehen, der alte, berühmte UIG-Jean Deer stand da rum, das heißt, auch da scheinen irgendwelche Finger im Spiel zu sein. Schauen wir uns mal an, worum es hier geht und ich bin ganz ehrlich, habe keine Ahnung, das heißt also, hier ist ja jetzt im Trend ein Garderole Reacts to Farmer Dynasty. Eigentlich ein interessanter Ansatz, dass man aus einer anderen Perspektive das Leben auf einer Farm so mitbekommt. So, da haben wir noch schon das erste. So, I'm your neighbor, my name's Oliver. I've been looking after this farm, since your grandfather passed away. Nice to meet you, Oliver. I appreciate your help. So this is my heritage. Yes, this ice farm and piece of land are all yours now. Welcome to our little county. Thanks. I don't know much about farming, but I'm a quick learner. I'm sure you'll fit in just fine. We are all good folk living here and we help each other out. Please follow me. I'll show you around. So, das ist auch der Placeholder, der Placeholder für die Vertonung, das heißt also, es wird auch offenbar alles komplett vertont werden. Ich wollte gerade einen sehr miesen Witz machen, wollte sagen, ey, die haben sogar Dr. Stephen Hawking als Synchronsprecher gewonnen, aber ich glaube, das würden dann wieder so ein paar Linke nicht so ganz verkraften, deswegen habe ich das jetzt offiziell nicht gesagt. Ja, und das ist eben das, was wir jetzt gerade so ein bisschen aus dem, äh, ich komme schon ganz naheinander. Aus dem Farm... Ja, aus dem Farm-Experten, äh, da gab es ja diese Erweiterung, wo man dann halt auch Gebäude zusammenbauen und Dächer decken könnte und das kommt mir irgendwie daher so bekannt vor und deswegen, irgendwie ist da wieder so ein großer Topf mit Sachen zusammen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich schaue mal, was passiert. Ah, hier kommt also... Das ist genau das, was mir zum Beispiel beim Farm-Experten gefehlt hat, äh, die lagen einfach rum, die Sachen, habe ich nicht verstanden. Das war also null Effort, dass man sich das irgendwie erarbeiten musste. So, äh, das ganze Spiel hat noch keine Speicherfunktion und eigentlich wollten wir uns den Key gar nicht geben, ihr kennt das ja, das ist nicht immer so zögerlich, aber... Ah, so wird der irgendwie ein bisschen leiser, okay. Also da kommt das Futter rein für die Tiere und wenn ich die Löcher auf dem Dach stopfe, dann, ähm... Okay, wir müssen auch eigene Tiere kaufen, sehr, sehr schön. Kennt ihr das vielleicht hier, in so alten Scheunengebäuden, wo da so eine Leiter dran hängt und diese Räder? Also Liebe zum Detail, auf jeden Fall schon mal voran. Die Entwickler sind ja immer so ein bisschen ängstlich und auch vor allem diese Presseleute, die haben dann immer Angst, dann auch Kies rauszugeben und die wissen natürlich, dass ihr als Zuschauer... Ja, äh, die haben immer so ein bisschen Angst, ähm, das ist natürlich der Vorteil, bei uns im Kanal haben wir natürlich Zuschauer, die das entsprechend einzuordnen, wissen, dass es hier eine sehr, 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 sehr frühe Version des Spiels ist und deswegen haben wir hier jetzt einen Hammer. Ah, siehst du, das ist nämlich das, was ich meinte. Jetzt kommen wir hier nämlich, diese Tür, die hat, die ist irgendwie nicht ganz heile. Und jetzt kommen wir in den alten Kuhstuhl. Ach, guck mal, wie geil. Die Anbinder hier mit... Wie kommen wir? Und ich bin auch schon hier drin. Kann ich... Ich glaube auch jetzt erstmal hier. Gerade holt der Heimwerker, King. Da gibt's ja noch ein anderes Spiel, was wir auch auf der Liste haben. Äh, Home Improvement wollte ich gerade sagen, aber... Heißt das wirklich so? Ich weiß es nicht. Ähm, da sind wir auch dran, dass wir da für euch einen Key bekommen. Also jede Menge... Die... Leiter. Ach, die hab ich im Winter. Okay, so. Da können wir also jetzt ja aufs Dach steigen. Und dann hier hoch. Ja. Das ist natürlich... Das ist natürlich, äh... Wer war denn das... Wer war denn das... Der das für... Da muss ich echt mal recherchieren, wer das damals für Playware entwickelt hat, dieses System. Und ob die jetzt irgendwie wieder unter einer Decke stecken oder nicht. Ich bin da immer... Aber es kann ja sein, dass ein Entwickler zum Beispiel verschiedene Publisher was baut. Und dann einfach aus seinem Gesamtportfolio dann Dinge zusammenbaut. So hier, genau. Hier bauen wir nämlich jetzt wieder die Wellpappe drauf. Ne, wie heißt denn das? Die Terpappe. Und... Bitumen heißt das hier hoch. Ach, hier kann ich sehen, was noch kaputt ist? Okay. Ne, ich werde hier eben sofort das ganze Dach reparieren. Ne, ich bin ja gründlich. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ähm... Vor allen Dingen auch, ob ihr es gut findet oder nicht, dass wir so früh in so eine Spielversion noch mal reinschauen dürfen. Ähm... Ich persönlich kann mich an dieser Stelle nochmal dafür, dass auch große Vertrauen bedanken, was natürlich auch hinter steckt. So. Jetzt können wir eigentlich doch auch noch auswählen, weil... Womit wir das Dach reparieren, ne? Das sind ja auch so Sachen, die erfährt man dann nicht, ne? Ich glaube, wenn ich jetzt hingehen würde zu der netten Presse-Dame und sagen würde, äh... Erstmal hier, ob da uns beiden Gebetsschwestern, ne? Pass mal auf, hier. Ne? Hier, die aus Osteuropa und so. Jetzt erklärt mal, wie habt ihr das gemacht oder was? Ich glaube, die würden damit nicht rausrücken, weil... Hm? Business-Ziele, bla bla bla, kennt man ja. So. Das Dach haben wir wieder dicht. Aber mich interessieren halt solche Sachen, ne? Weil die Welt ist ja auch bekanntlich klein und die meisten Entwickler kommen ja auch untereinander eigentlich sehr, sehr gut aus. Es gibt... Ich kenne eigentlich nur ein, zwei Entwickler. Die gerne mal lieber nicht mit am Tisch sitzen. Ja. Aber... Da möchte ich auch keine Namen nennen. So. Bei denen auch andere nicht gerne am Tisch sitzen. Ja. Oh, guck mal, Sonnenblumen. Hallo. Wo ist denn die Sonne? Also hier, liebe Entwickler, die Sonnenblumen drehen sich in einem Wettbewerbsprodukt immer zur Sonne hin. Ja? Das wäre eine schöne Sache. Außerdem, die Windeffekte sind ein bisschen stark. Äh, Feedback wollen die auch immer haben, ne? Also, dass dafür mal ist, ja? So, was haben wir hier? Take a look at the green house. You can grow some vegetables here fast to earn some quick man. Ein... You have to fix these holes so your plants can grow to a best effect. Ein Gewächshaus. Also, ich habe jetzt ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass wir jetzt im ersten... I see your grandfather bought some materials to fix it all red. You can use it to reveal the green house as good as you can. Ah. Ich kann also hier... ...entsprechend andere Materialien verwenden. Das Problem, was ich jetzt mit dem Spiel zum Beispiel habe... Sag mal... Sag mal... Sag mal... ...hebt's noch? Der ist... Ich soll hier arbeiten und der... Das ist... Das ist ja... Mann, 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 Mann. Äh... Das Problem, was ich jetzt gerade mit dem Spiel habe, ist... Ähm... Nein, jetzt müssen wir das doch irgendwie... Ah. Verstehst du? Äh. Gut, da sind einige Sachen, glaube ich, noch nicht wirklich... ganz... Ah, das ist noch ein Fehler. Seht ihr? Ja. Lieber Entwickler, Fehler gefunden. Aber, ähm... Ja. Also im Prinzip sieht man hier, man kann dann auch mit anderen Materialien... Wenn man möchte, das entsprechend, äh, reparieren. Äh, dafür geht's offenbar nicht. Sehr schön. Oh, guck mal, das sieht doch gleich viel besser aus. Das Problem, was ich jetzt mit dem Spiel bis hierhin habe, ist... Äh... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Demosequenz ist. Man kann gerade sagen, oder ob ich das ernst meine. Nein. Ob das eine Demosequenz ist, oder ob das, ähm, so weitergeht, weil... Wenn, sagen wir mal, die erste halbe, dreiviertel Stunde des Spiels wirklich darin besteht, das alles zu reparieren und danach irgendwas anderes zu tun, ist das ein bisschen komisch verteilt, ne? Wenn man jetzt eine Geschichte erzählen würde, zum Beispiel, ähm... Ach, übrigens, da hinten steht ja auch noch das alte Gewächshaus und ich hab gehört, da hat jetzt ein Gärtner aufgemacht in der Stadt. Wenn du da Pflanzen kaufen willst, musst du aber jetzt erst das Gewächshaus, ähm, reparieren. Ja, und man hat dann vielleicht, äh, zwei Tage vorher hat man halt hier die Scheune repariert und dann hat man da die Tiere schon mal reingebracht und dann hat man schon mal irgendwie mit der Sense, äh, Gras gemäht. Weißt du, sowas halt. Ah, hier kommt mir das jetzt gerade, äh, und ich bin ja selber auch Game-Designer, so ein bisschen, kommt mir das ein bisschen vor, wie, dass wir hier sehr viel aneinander gehangen haben. Weißt du, wie ich meine? So, warte mal, wir können hier... ...das Material wählen. Und dann, lieber Entwickler, einfach linker Maus... ...linke Maustaste gedrückt lassen. Sollte eigentlich reichen, um das hier zu tun. Ich muss jetzt immer die ganze Zeit nochmal drücken. Ah, ist ja cool, ne? Also, dass ich auch richtig, äh, Feedback holen und so. So, bleibt die Tür jetzt. Jetzt bleibt die Tür. Guck. Ja, completely, äh, ich pack das jetzt mal wieder weg hier. In Wirklichkeit kann man das nicht, aber ich tu mal so. So. Äh, wir gucken mal auf die Map. Was haben wir denn hier? Wir sehen also hier... Ups. So, wir sehen hier... ...HOME, SWEET HOME. Erneue deine... ...deine Farm. Und dann bekommt man, das scheint dann offenbar eine Währung zu sein, hier... 5000... ...SOCIAL POINTS. Und hier kriege ich 1000 Social Points, wenn ich zumindest... ...die Tür repariere. Und... ...auf dem Weg gegenüber will jemand mit mir sprechen. Okay, so. Ich hab jetzt hier den Quest erledigt. Wir gehen mal reingucken. So, da sehen wir natürlich, das ist auch alles noch nicht so ganz frisch hier. Kann ich denn zum Beispiel die Regale reparieren, indem ich einfach... Ne, kann ich nicht. Guck, ich kann hier nur die Wände... Ich kann aber auch hier die Gestelle reparieren. Gut, die sind aber dann... ...immer noch rostig. Hier vorne fehlen zum Beispiel Fliesen im Boden. Also, da kann ich überall... ...kann ich hier so ein bisschen... ...reparieren. Ja. Bin ich natürlich auch gespannt. Wir hatten ja zum Beispiel... Ich sag jetzt mal als ein Beispiel... ...wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht in so eine grobe Richtung geht. Die Seenotretter. Was uns ja überrascht hat. Das war ein Simulator oder als Simulator angekündigt. In Wirklichkeit war das ein Adventure. Mit ganz viel Story. Aber auch Seenotrettung, ne? Da muss ich gerade dran denken. Wenn ich ehrlich bin. So. Ja, bin ich von überzeugt. Actually, I might have a job for you myself. Um, what is it? Why don't you come to my place... ...and do some fixes to my barn? It's most roof that needs work... ...but some walls need attention too. I don't have much money... ...but I'll give you my old tractor as a reward. I'm sure you can use it. Ja. Sounds good. I'll take care of this. Alright. I'm going back home now. Good luck and see you around. Okay. Also, wir können jetzt zu seiner Farm hingehen. Wird auch verfolgt hier. Äh, und dafür bekommen wir... ...en Trecker. Gut. Ich will aber jetzt trotzdem wissen... ...was will dieser Fremde von... ...uns. Okay. Tausend Punkte. Äh, der Fremde ist... ...sehe ich nicht, in welche Richtung ich da gehen muss. Was soll ich das denn machen? Das ist ein bisschen blöd. Vor allem lasse ich jetzt einfach mal eine eigene Farm. Ich laufe mal einfach hier außen rum. Ich glaube, der stand da hier auf der Straße. Also, landschaftlich ist das natürlich schon mal schön, ne? Viele kleine, liebevolle Details. Da... ...könne ich mir vorstellen, da geht was. Und es ist ein interessanter Take. Es ist halt nicht so... Es geht so ein bisschen in Richtung Kettle und Crops, die das ja auch machen wollen, ne? Mit so ein bisschen Erzählung drumherum und ein bisschen Charakter aufwerten. Äh... Ich bin John. Ich bin der Geschäftsführer hier. Bestpreise, du kennst. Oh, ich verstehe. Was ist dein Geschäft? Ein bisschen alles. Hihi. Nails. Soap. Ein bisschen Essen, du kennst. Ich werde auch frische Essen von dir kaufen, wenn du nicht sparen kannst. Nichts groß, aber ich könnte ein bisschen Fisch, Äpfel, Muscheln vielleicht, du kennst. Well, that's real good to know. I'll see you around. Also, Äpfel. All right. Not going anywhere, you know. Und Fisch. Äh... Good to see you. Can I help you? Äpfel und Fisch. Äh, wo kann ich Fahrzeuge kaufen? Where can I buy vehicles? You can buy new ones in the vehicle store, but these are very expensive. You can also talk to people, you know. Lots of them have some old dick whip. I'm sure they will share for some work or food. Mhm. Care to trade? Not now. Sorry. Invent panel is still in development. Perhaps later, you know. Hahaha. Für die, die das Englisch nicht so wichtig sind, äh, möchtest du handeln? Nein, mein Inventar-Panel ist derzeit noch in Entwicklung. Hahaha. Hahaha. So, wir rennen mal zu, äh, Jüngelchen hier. Kann ich das irgendwie anklicken? Das ist das, bestimmt kann man das irgendwie, aber ich weiß gerade nicht wie. Jetzt hab ich's, glaub ich, angeklickt. So. Und da sehen wir, wo wir hin müssen. Und wir haben wirklich nichts, ne? Wir haben ein paar alte Hölzer hier rumliegen. Alles ist rostig. Und jetzt will ich zumindest noch, ich guck mal eben gerade auf die Uhr, wie lang ist die Folge? Ach komm, wir machen's mal extra lang. Obwohl ich eigentlich überhaupt keine Zeit hab, weil Gamescom, das ist ja echt. Also, ihr müsst euch das vorstellen, wir haben fünf PCs im Einsatz. Wir haben zwei Audio-Strecken, 4K-Kamera. Äh, wir haben drei Upload-Dinger am Laufen. Wir haben zwei Download-Dinger am Laufen. Die Daten müssen auch irgendwie hin, ne? Ich muss, äh, teilweise enkodiere ich mit zwei PCs gleichzeitig, oder lade mit zwei PCs gleichzeitig hoch. Ähm. Ja, es ist, äh, im Moment, brutal. So, hier können wir dieses Feld kaufen. Kann ja, glaube ich, nicht. Da sieht man auch Hund 1,87 Hektar. Ist geflügt, kultiviert, gedüngt. Ausgesät. Das ist also Weizen hier. So, und bei dem hier sollen wir jetzt helfen. Da sollen wir... Der sitzt bestimmt wieder auf dem Liegestuhl hier rum. Der tut ja nix. Wir sollen hier vorbeikommen, aber dafür kriegen wir halt einen alten Trecker. Ähm. Sollen wir alles reparieren? Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein oder zwei Folgen hier raus mache. Ich glaube, ich mache mal eben einen Cut. Wie lange sind wir denn? Ja, ich mache hier eben einen kurzen Cut. Da ist der alte Trecker. Ne? Ich sagte ja. Äh, irgendwie Asset-Katalog-Verwertung. Ähm. Dadurch ist natürlich das Problem, liebe Entwickler, ihr müsst natürlich dann auch die Texturen, ähm, von den einzelnen Sachen, die ihr da zusammenbaut, noch ein bisschen aneinander anpassen. Äh, das war damals, als ich Cardo entwickelt habe, Äh, da war ich echt begeistert, was so wirklich 2D-Experten auch sowas machen können. Ja, ähm, ich mache mal hier einen kurzen Cut. Wir sehen uns in dieser Folge wieder. Ich glaube, wir machen erst mal zwei Folgen zu Beginn, weil ihr seht ja, es ist noch eine frühe Entwicklung. Aber ich will jetzt nicht eine Kilometerlange Folge machen. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, irgendwann in den nächsten Tagen, wenn ich dazu komme. Und dann verdienen wir uns den Traktor. Werde ja schon morgen. Mal gucken. Also, bis dann. Tschüss.